Ja, ich bin ja gerade auf der Inverted Classroom Konferenz in Marburg und stehe hier vor dem Active Table von Prometheon. Das ist so ein Tisch, da kann man per Touch hier irgendwie Sachen bewegen. Und jetzt habe ich hier mal den virtuellen Rechentisch aufgerufen. Und da kann man sehr schön den Tisch verwenden, als sei es ein echter Rechentisch. Da kann man hier die Münzen rüberschieben und so weiter. Super!